Die Folge hat so einen Spaß gemacht. Ich war die ganze Zeit... Nein! Nein, doch! Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. Hallo und willkommen im Club der Fachidioten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Hello, ich fühle mich angesprochen. Okay, okay. Vom Zitat. Das tut mir leid. Ein Fachidiot. Heute besprechen wir die zehnte Folge der zweiten Staffel von unserer neuen Lieblingsserie Buffy the Vampire Slayer. Regie führte David Seemel... Ach nee, warte mal. Ich habe ja den Folgentitel komplett gestorben. Wollte ich gerade sagen, was ist hier los? Vollkommen. Ich bin... Schockiert. Ich bin verwirrt. Ja, ich genauso. Also, sie wurde am 24.11.1997 unter dem Titel What's My Line Part 2 ausgestrahlt. Und am 27.02.1999 unter dem Titel Das Ritual. Weißt du, im Englischen Hinweis zwei Teile, im Deutschen nix. Nix. Die Rivalin, das Ritual. Immer die Extrawürste. Wie hättest du The What's My Line übersetzt? Wo ist meine Linie? Wo ist meine Schlange? Natürlich. Genau so. Das bedeutet sie im Grunde. Ja, aber... Naja, sie sagt doch in der Szene, in der Folge 9 doch auch irgendwas an der Stelle. Ja. Dann das. Ja. Also, hä? Verstehe ich nicht. Ja, aber ich glaube, die sagt nicht eine direkte Übersetzung. Nee, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Regie führte diese Folge David Siemel. Als Erinnerung in der letzten Folge führte Regie David Solomon. Das heißt, wir haben hier einen Zweiteiler, wo zwei verschiedene Personen Regie führten. Das fand ich irgendwo komisch und interessant. Das Buch ist natürlich immer noch von Howard Gordon und Marty Noxon. Ich glaube, ich habe es letzte Woche nicht erwähnt. Marty Noxon wird noch einen großen Einfluss haben auf diese Serie. Und wird noch viele Drehbücher schreiben für diese Serie. Okay. Ist auch, glaube ich, die erste weibliche Autorin, die wir hier aufzählen. Ja. Ja, ich glaube. Ja. Ich habe mir auch alle Namen gemerkt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich möchte nochmal die Ausgangssituation von letzter Woche näher bringen. Angel ist im Sonnenkäfig eingesperrt. Xander und Cordelia sind mit Madennormen in Buffys Haus. Madennormen. Madennormen. Buffy kämpft gegen Kendra, die Vampirjägerin. Giles und Willow brüten in gefährlicher Art und Weise über den Büchern. Und Joyce ist immer noch beim Shoppen in Los Angeles. Jo. Das ist die Ausgangssituation. Vielen Dank für dieses Update. Falls ich es von letzter Woche schon vergessen habe. Okay. Also wir fangen in der Folge bei Buffy und Kendra an. Die Mädels schreien sich an. Ich bin die Jägerin. Nein. Ich bin die Jägerin. Bla, bla. Oh Mann. Bis sie erstmal davon überzeugt sind, dass sie beide glauben, dass sie die Jägerin zu sein scheinen. Scheinen. Stimmt. Da fehlt ein Wort. Hast du? Danke. Buffy schlägt dann einen Waffenstillstand vor. Im Englischen sagt Buffy, back off Pink Ranger. Ich habe es dieses Mal wieder auf Englisch geguckt, weil ich dieses Mal wieder die DVD geguckt habe, weil bei mir war Internetausfall. Ich habe das Stefan auch nur ein einziges Mal im Vorfeld erzielt. Dreimal. Dreimal. Deshalb habe ich zur DVD gegriffen. Zum Glück hatte ich die da, weil ich hätte ja auch schon fertig geguckt haben können. Da hättest du einen Mega-Post absetzen können, wenn du hier kein Internet hast, also kein Festnetz-Internet. Habe ich nämlich auch mal, das Internet war weg. Ich habe schon Lagerfeuer in der Mitte des Wohnzimmers gestartet. Super Gag. Nun ja, auf jeden Fall fand ich es sogar wieder merkwürdig, es auf Englisch zu gucken, weil ich die vier oder fünf Folgen davor auf Deutsch geguckt habe. Also man gewöhnt sich sehr schnell an die andere Version, finde ich. Weil dann dachte ich, ach ja. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Folge auf Englisch geguckt habe, weil Kendra einen sehr geilen Akzent hat. Kommen wir noch dazu. Das ist nämlich auch ein wichtiges Ding. Auf jeden Fall, wie ich erwähnte, sagt Buffy hier, back off Pink Ranger. Was nicht nur ein relativ witziger Witz ist, witziger Witz, sondern Sophia Crawford, die Sarah Michelle Gellar Stunt-Double spielt, hat auch den Pink Ranger in dem Film Power Rangers gespielt. Und auch ihr Ehemann war Stunt-Koordinator für Buffy 1 bis 4, also Staffel 1 bis 4 und Power Rangers. Geil. Das fand ich ganz witzig. In der nächsten Szene sehen wir Engl, der noch einen kleinen Fitzel Schatten im Käfig hat. Stopp, ich habe eine andere Frage noch zu Kendra. In der ersten Szene sagt sie, sie wurde hergeschickt, um eben diese drei da zur Strecke, oder generell Vampire irgendwie zur Strecke zu bringen. Und ich habe dann überlegt, okay, wenn es nur eine einzige Jägerin gibt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht vorher, eine einzige auf der Welt, in Amerika, wie ist denn das geregelt? Das ist nicht auf Ländergrenzen ausgeteilt. Also, naja, kann ja sein, es gibt für, okay, so, dann habe ich mir überlegt, okay, Buffy hat ja schon irgendwie dann doch ein recht einfaches Leben, wenn sie nur in Sunnydale die Vampire zur Strecke bringen muss. Oder kriegen wir das einfach nicht mit, dass sie noch woanders hinreist? Nö, Buffy bleibt in Sunnydale. Und was ist das eigentlich für ein Haufen Scheiße? Weil es gibt doch nicht nur in Sunnydale Vampire. Klar, hier Höllenschlund in der Nähe und so, viel mehr Aktivität. Ja, verstehe ich. Aber es gibt doch bestimmt noch andere, jetzt habe ich bestimmt was rausgefunden, was später noch wichtig wird. Es gibt doch bestimmt noch an anderen Stellen, zum Beispiel in Amerika, andere aktive Punkte, wo aus der Hölle so mehr Wesen herauskommen. Ich mache tolle Bewegungen parallel dazu. So ein V-Zeichen und die Hände gehen so hoch. Naja. Wie so eine Blume, die aufgehört. Also, ist doch komisch. Die eine Jägerin kann doch nicht die ganze Welt beschützen. Das ist absolut korrekt. Das ist strategisch schlecht geplant, oder? Ziemlich dummes Prinzip irgendwie. Ja. Erinnert mich wiederum aber auch an Supernatural. Am Anfang zumindest. Aber die haben ja dann irgendwann auch mal aufgeklärt, es gibt doch noch andere Leute, die so Wesen jagen. Ja, bei Dämonenjägern. Hunters. Hunters. Und, ja, okay, gut, dann gibt es wirklich nur die eine und in dem Fall, Kendra reist wenigstens ein bisschen rum und versucht woanders auch noch Vampire zu killen und Buffy ist halt in Sunnydale. Okay, cool. Die Frage ist, warum denken diejenigen, die Kendra schicken, dass die Gefahr so groß ist, dass die Jägerin, die schon dort ist, das nicht bekämpfen kann? Ja, aber die wissen das doch nicht. Doch, doch, die wissen das. Dass es noch eine Buffy gibt. Dass Buffy noch lebt, wissen die. Ja. Na klar. Woher? Systeme. Jais hat angerufen. Jais kriegt auch irgendwo seine Kohle her, sag ich nur. Jais hat angerufen. Okay, gut, bitte weiter. Das Chat-Netzwerk. Das wollte ich nur mal. Okay, dann in der nächsten Szene hat Angel noch einen kleinen Fitzel-Schatten im Käfig und sitzt halt sehr leidend in der Ecke. Dazu habe ich die nächste Frage. Bitte. Ich habe viele Fragen und viele Emotionen zu dieser Folge, kann ich schon im Vorfeld sagen. Ich habe, also ihm geht es ja dann immer schlechter durch das Sonnenlicht. Völlig bescheuert. So, und meine Frage ist jetzt. Nein. Beantworte ich schon mit mir. Was kommt? Na. Also eigentlich kenne ich das doch so, dass Vampire verbrennen im Sonnenlicht. Korrekt. So. Und er wird jetzt einfach nur schwächer, oder was? Das ist richtig dumm. Das ist nicht erklärbar. Hä? Der leidet da einfach und hat Angst vor dem Sonnenlicht. Das verstehe ich. Aber dass er jetzt so an seinen Kräften zerrt, ist richtig dumm und wird nicht erklärt und ist nicht sinnvoll. Passt auch nicht ins Lore. Also entweder Schatten und Licht und dazwischen gibt es nichts. Also entweder Schatten, alles ist okay. Sind die im Licht, verbrennen die. Sind die im Schatten, ist alles super. Lichtfeuer, genau, wie man es kennt. Aber dieses Zwischending, dass er das jetzt so eine Höhöhöh macht, habe ich nicht. Absolut, da hätte ich mich auch noch drüber aufgeregt. Okay, gut. Gut. Nee, ich musste mich sofort aufregen. Von der Geschichte her zum Tragen. Ja, okay. Gut. Dann auch dieses Thema abgearbeitet. Die zwei Sachen sind abgearbeitet, dann kommt es zum Vorspann. Ja. Und wir sehen dann nach dem Vorspann, wie Buffy Kendra Giles vorstellt. Und Kendra erzählt auch von ihrem Wächter, der Sam Sabuto heißt. Oder Sam Sabuto. Und das wird auch von Giles bestätigt, dass es diese Existenz dieses Wächters gibt. Er sagt sogar, er ist hoch angesehen. Wow. Wenn er so hoch angesehen ist, Giles, warum bist denn du dann der Hauptwächter geworden beim letzten Mal? Aber siehst du, die eine Frage, die ich, glaube ich, gestellt habe in der Folge davor, war doch, ob sie auch einen eigenen Wächter hat. Ding, 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 ding. Habe ich richtig vermutet. Wahnsinn. Toll. Kombinationstalent. Toll. Sandra. Willow kommt dann hinzu. Also, nee, warte mal. Ich habe einen Stichpunkt übersticht. Oh, oh. Boah, fuck. Jetzt ist alles durcheinander. Heute ist aber was los hier. Kendra wirkt wesentlich steifer. Ja. Etwas weltfremd, aber auch konzentrierter und zielorientierter. Ja. Das wollte ich erwähnt haben. Denn dann kommt Willow hinzu und wird von Kendra erst mal angegangen wie so ein Pitbull. Und sie solle sich ausweisen. Kendra, wir sind hier in einer öffentlichen Schule, ist eine öffentliche Bibliothek. Die Leute können hier schon in die Bibliothek reingehen, egal ob die jetzt wissen oder nicht. Buffy klärt dann schnell auf, dass sie Freunde hat. Kendra klärt auf, dass sie keine Freunde hat, weil ihr das nicht gewert wird. Und Kendra, habe ich es auch nochmal aufgeschrieben, scheint sehr prinzipientreu und bemerkt auch oder betont, dass die Jägerin immer im Verborgenen arbeiten sollte. Und alleine und überhaupt. Das ist eine von vielen Unterschieden, die hier noch innerhalb der Folge noch weiter ausgebaut werden. Giles versucht dann nett zu erklären. Dass Buffy widerspenstig und eigensinnig ist und erst nicht verhindern konnte, dass sie Zivilisten mit ins Boot holte. Also er ist in der Szene, finde ich, sogar noch der Normalste, witzigerweise. Weil er sonst ja immer so der steife Typ ist, der versucht, irgendeine Bucherklärung zu bringen oder so. Und ich finde, da hat er noch irgendwie von allen in dem Moment die größte soziale Ader, um das irgendwie zu entkräften. Fand ich super witzig, dass er dann einschreiten muss. Ja, er sagt, bei Buffy ist mehr Flexibilität als Ordo nicht. Und das war sehr nett ausgedrückt. Ausgedrückt Rupert. Man muss aber auch hier sagen, also man muss auch allgemein sagen, bisher hat das Buffy auch mehr als einmal den Arsch gerettet. Und dass sie Freunde hatte und dass sie so eine Art Netzwerk aufgebaut hat. Ja, definitiv. Denn sie wäre, wie wir es schon öfter betont haben, auch mehrmals schon draufgegangen. Wäre da keiner zur Hilfe gekommen. Und wird ja auch in der Folge nochmal wichtig, dass Hilfe manchmal nicht so schlecht ist. Sie glauben also jetzt, dass Kendra eine Jägerin ist? Glauben wir das erstmal? Ja, und man kommt auch schnell dahinter, dass es mit Buffys Tod im letzten Jahr zu tun haben muss. Und sie war halt klinisch tot, weil sie ertrank. Aber Xander hat sie wiederbelebt. Das möchte ich hier nochmal betonen. Das ist okay. Und es wird hier nochmal gesagt, stirbt eine Jägerin, wird die nächste berufen. Buffy war tot, eine nächste Jägerin wurde berufen. So, ist dir da auch das Geheimrezept für die Rettung der Menschheit in den Sinn gekommen? Nein. Man muss doch, guck mal, das Geheimrezept zum Erschaffen von Mehrjägerinnen. Schritt 1, kurzes Herz zum Stillstand bringen. Schritt 2, wiederbeleben. Schritt 3, Erfolg. Bupp, eine Jägerin. Und das machst du einfach mit jeder neuen Jägerin wieder und schon hast du eine ganze Armee. Du könntest das auch wie Zellteilung ansehen und sagen, du verdoppelst jedes Mal die Ausbeute. Die letzte Jägerin hat ihren neue Jägerin-Status aufgegeben. Also Buffy war jetzt einmal tot, kam eine neue Jägerin. Wenn die jetzt nochmal stirbt, kommt noch keine neue Jägerin. Okay. Ja, das ist nicht ganz so effizient, aber gehen würde es ja trotzdem. Armee an Jägerinnen würde ich dann nur behaupten. Tja, kommen sie nicht auf die Idee. Die Deppen. Gut. Buffy ist auch Kendra recht feindselig gegenüber. Naja, gut, sie fühlt sich ein bisschen von ihr bedroht und sie hat noch keinen guten Start. Und sie ist auch, also Kendra ist auch in vielen Zügen die bessere Schülerin als Jägerin. Ja. Bis jetzt. Und wir erfahren, warum Kendra nach Sanidad geschickt wurde. Hast du ja auch schon angedeutet, in irgendeinem schwammigen Satz, der alles erklärt. Die Vorzeichen deuten darauf, dass etwas Böses über die Stadt hereinbricht. Und nachdem Kendra dann das Thema mit den Zivilisten verarbeitet hat, kommt für sie der nächste Hammer. Oh oh. Buffy hat eine Beziehung mit einem Vampir. Dankeschön. Aber ein Vampir mit Seele. Das ist auch merkwürdig für sie wahrscheinlich. Und wir erinnern uns, Kendra hat Angel und Buffy beim Knutschen in der Eislaufhalle beobachtet. Mhm. Und deswegen hat Kendra auch gedacht, Buffy gehöre zu den Vampiren oder wäre mindestens ein Vampir. Mhm. Ich meine, das sind ja alles relativ logische Schlussfolgerungen für jemanden, der nach dem Kodex arbeitet. Oder wie auch immer man es nennt. Kodex. Kodex ist so ein schönes Wort dafür. Aber ja, völlig nachvollziehbar, dass sie da erstmal diese ganzen Schlüsse zieht. Mhm. Und genauso verwirrt ist, wenn dann irgendein anderer Kram bei rumkommt von wegen Beziehungen und Vampire mit Seelen. Das ist auch sehr alles nicht. Und so. Kommt ja später nochmal recht gut in dem Gespräch, weil ich es ja mag später. Siehste, gibt es eigentlich, also ist das eine riesige Ausnahme, ein Vampir mit Seele? Oder passiert das häufiger oder ist einer, ne, bisher? Weil, na gut, das ist ja dann noch verrückter für Kendra. Okay. Ist auch verrückt für alle anderen. Ja, aber. Dann habe ich überlegt, kann der dann nicht einfach in der Sonne rumlatschen, wenn er eine Seele hat? Kann da irgendwie nicht, passiert da nicht, also, hä? Weißt du wie? Das muss doch irgendwas Gutes mit ihm machen. Wenn die Leute, die ihn verflucht haben, könnten das mal mit mehr Vampiren machen. So. Warum denkt denn hier keiner groß? So wie ich. Jägerenarmee, ganz viele Vampire mit Seele. Ja? Ja. Okay, okay. So. Beruhige dich. Kendra lässt dann fallen, dass sie gegen Angel gekämpft hat und ihn Punkt, Punkt, Punkt. Und wir hören die Antwort nicht, er wird weggeschnitten. Und wir haben dann einen Schnitt zu Angel, der von Willy, also diesem Barbesitzer, wer sich erinnert, aus dem Käfig gerettet wird. Und Willy scheint ein ganz anständiger Kerl zu sein. Oder doch nicht. Denn er liefert den geschwächten Angel Spike aus, gegen Bezahlung. Und da haben wir nochmal, er muss jetzt geschwächt sein, damit Spike ihn mitnehmen kann. Ja. Ja. Ich fand's schon immer dumm. Ja. Warum soll's ihn schwächen, im Schatten zu sitzen? Aber gut. Also spätestens, da muss er doch seine, logisch gedacht, müsste doch dann seine Kraft entweder wieder zurückkehren. Ist ja nicht wie bei Superman, dem du die Sonne wegnimmst und seine Kräfte schwinden. Ja, okay. Vielleicht ist es ja bei ihm so. Wenn die Batterie dann ein bisschen leerer ist, dann muss halt wieder Blut zugeführt werden oder whatever. Also irgendeine Erklärung wird's schon geben. In der nächsten Szene sind wir im Summershaus. Und Cordelia beschäftigt Norman mit ihrer Obsession für Kosmetik. Mhm. Und gibt ihm sogar noch den Tipp, eventuell den Beruf zu wechseln, weil er wirkt sehr steif und könnte vielleicht auch Lexika verkaufen. Danke, Cordelia. Für deine Motivationsansprachen immer. Ja. Norman verliert nicht die Fassung, sondern eine Made aus dem Ärmel. Als dann Sender hinzukommt und sie beide dann auch schnell die Gefahrenlage erkennen und in den Keller flüchten. Dieser Maden- Der Typ besteht aus Maden, wer es vergessen hat. Dieser Madeneffekt, ne? Als ihm diese eine Made ins Ohr kriecht. Ja. Ach, schön. Ja, aber würdest du sofort austicken, wenn mal so eine Made übers Gesicht von so einem Typen? Na gut, die leben in einer anderen Welt, ne? Aber ich würde nicht wegrennen. Na, ich würde mich auf jeden Fall wundern, was hier eigentlich los ist und wieso. Wo ist denn der los? Wo hat der die her? Wo ist denn der los? Hä? Also, bisschen eklig ist das dann schon. Aber wenn du die ganze Zeit mit übernatürlichen Wesen zu tun hast, dann ist das sowieso deine erste Schlussfolgerung. Sender, Schlussfolger der sofort und sie flüchten und sie verschanzen sich dann im Keller. Ja. Im Keller. Schnitt zu Buffy und Kendra, die kommen in Willys Bar. Angel ist nicht mehr da, aber anscheinend am Leben, denn Willy sagt ja, es hat sich aufgerabbelt und ist dann einfach nach Hause, wollte eine Tübe Schlafzüch holen. Siehste, der sagt es auch, wie es ist. Ja. Aber sie glauben ihm das nicht. Willy wird ohne Vorwarnung von Kendra zu Boden geworfen und Buffy rät, ihn vorher auszugratchen, bevor man ihn K.O. schlägt. Willy lügt sie an, wie ich das schon gesagt habe. Und sie glauben ihm erst mal und ziehen erst mal wieder ab. Und er haut da so einen komischen Satz mit Filmen raus. Und also ich habe mir... Soll ich es? Ja, bitte gerne. Willi kann sich dann nicht verdrücken, die beiden noch zur Casting-Couch einzuladen. Alter! Er sagt noch, ein Freund macht Fotografien, hochklassige Fotografien, meist Aktbilder. Er ist einfach ein Geschäftsmann. Spüriger, aber er kennt die Geschäftsmöglichkeiten und ergreift sie. Ich habe halt... Also meine Notizen sind teilweise wirklich ungefiltert in dem Moment. Und ich schreibe einfach erst mal runter, was mir emotional so dazu einfällt. Und in dem Moment... Vorher habe ich ein Großbuchstaben aufgeschrieben, Duct Tape. Also dieses Klebeband, sozusagen... Duct Tape. Duct Tape. Rettet Sender und Cordelia erst mal kurzzeitig das Leben. Freut mich immer wieder, wenn man Duct Tape verwendet. Und dann nächster Stichpunkt Großbuchstaben. Pornos. Zehn Fragezeichen. Fünfzig Ausrufezeichen, bitte? Nein, nur zehn Fragezeichen. Aber zehn Fragezeichen sind schon viel in dem Fall. Ich bin da voller Willi-Seite. War ich erst mal... Ach! War ich erst mal geschockt und empört. Ja. Aber ja. Ich finde auch, Willi sieht so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, aber für mich sieht er aus wie so ein italienischer Mafiosi... Mafioso. Falscher. Ach. Weil der hat doch so ein rotes Hemd an und diese relativ weite Hose. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Sopranos gerade gucke, aber die sind alle so gekleidet mit so einem offenen Hemd halt. So ein Bowling-Shirt. Ja, und drunter irgendwie ein weißes Hemd und so eine chillige Hose und so sieht der auch aus. Tja. Der könnte da... Schmieriger Geschäftsmann. Ja, so kann man es auch betiteln. In der nächsten Szene kommen wir zu Druella und Spike. Spike präsentiert ihr den guten Angel. Es wird ein bisschen rumgemacht. Also der... So Spike und Drew machen rum. Vor Angel, also irgendwie... Geil. Bisschen merkwürdig, aber gut. Druella will dann aber mit Angel spielen, bis das Ritual beginnen kann. Spielen! Sagt sie ja. Und man erinnert sich, das Ritual, bei dem ein Engel benötigt wird, um Druella wieder zu alter Stärke zu verhalten. Also die Tarotkarte des Engels, wo wir dann draufkamen, okay, es wird Angel benutzt. Eigentlich geht es in dem Ritual darum, man braucht den Erzeuger des geschwächten Vampirs. So. Kombiniere, kombiniere. Das wusste man ja schon, glaube ich, bei der ersten Folge. Also diese... Hast du zu der Szene noch was? Ich hab... Diese... Erst machen die zwei rum. Dann sagt Druella zu Angel, you've been a very bad daddy. Ja. Und dann haut sie ihm ins Gesicht, schlägt ihn und dann Schnitt, nächste Szene. Und ich dachte so, okay, was ist da jetzt noch alles passiert? Na, das sehen wir ja später noch. Ja, aber was ist da in der Pause passiert? Also, ich mein, das war jetzt nicht gerade jugendfrei, so indirekt. Das sind Vampire. Schnitt, wieder eine andere Szene, weil das können wir nicht zeigen, was da jetzt, äh... Oh Gott. Möglich. Oh Gott. In der nächsten Szene sind wir nämlich dann in der Schule wieder. Mhm. In der Bibliothek. Giles schlägt vor, nach einem Telefonat mit Kendras Wächter, dass Buffy und Kendra zusammenarbeiten sollten, bis Spike und Drusilla besiegt sind. Hm? Buffy hat da richtig Bock drauf. Kendra will gleich den Angriff besprechen. Buffy bringt ein, dass es, dass dies nicht so einfach ist. Giles stimmt ihr zu und sie haben es immer noch mit dem Bund von Taraka zu tun, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Die drei... Kendra kennt natürlich den Bund, ne? Also nicht so wie Buffy, die erst aufgeklärt werden musste, weil Kendra macht irgendwie, scheint ihre Hausaufgaben zu machen. Und sie hat über den Bund in den Schriften des Dramios gelesen. Sie liest Bücher. Sie hält sich nämlich an ihre Studien und beliest sich. Und so, wie es im Handbuch der Jägerin geschrieben steht. Aha. Es gibt also ein Handbuch. Ja. Also Buffy's Reaktion. Willow's auch. Also beide, ne? Buffy, warum hab ich kein Handbuch? Willow existiert das als CD-ROM? Also Willow ist da richtig scharf drauf, die wird das definitiv durchlesen. Aber Giles betont hier nochmal, dass er damals entschieden hat, nach kurzem Aufeinandertreffen mit Buffy, dass das Handbuch kontraproduktiv sei. Okay, um es nett auszuzurücken. Buffy ist natürlich mit ihren Minderwertigkeitskomplexen noch weiter beschäftigt. Und was steht in ihr Handbuch? Was heißt nicht vernutzen? Und was stimmt er mir nicht? Sagt sie sogar noch. Naja, Giles flüchtet dann sich in ein Gespräch mit Kendra. Und die verstehen sich aber auch blendend. Voll. Die sind voll auf einer Wellenlänge. Wenn sie über den Fußnoten-Gag lachen. Hammer. Hab ich mich auch weggeschissen, ja? Natürlich. Fußnoten in dem Buch. Witzig. Und da sagt Buffy, hallo und willkommen im Club der Fachidioten. Ah, siehste. So. Dieses Zitat wurde am Anfang vorgelebt. Das stimmt. Ne? Hab ich mir gemerkt. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch Karrierewoche. Und Giles erwähnt, dass Schneider nach Buffy sucht. Ja, mal wieder. Und Kendra klingt so langsam schon ein bisschen arrogant. Also vorher fand ich sie, naja gut, ein bisschen steif, aber interessierend. Jetzt kommt so ein arroganter Kommentar und er ist recht schnippig, ne? Dass Buffy noch zur Schule geht und sogar vielleicht noch Cheerleaderin ist, ja? Giles checkt das überhaupt nicht, diese Arroganz in dem Satz, sondern findet das sogar recht amüsant, weil Buffy hat es ja mal probiert. Aber das ist eine ganz lustige Geschichte, die erzählen wir dir später. Ja. Buffy und Willow sind dann allein. Und Buffy ist etwas neidisch auf Kendra, klar. Und denn sie passt irgendwie viel besser in die Rolle der gelehrigen Jägerin. Gleichzeitig findet sie aber die Idee toll, dass es eventuell einen Ersatz geben könnte. Dass sie in Rente gehen kann. Dass sie ein normales Leben führen könnte. Reisen, Karriere aufbauen, von was man halt so träumt. Mit einem Vampir zusammen sein. Reisen vor allem. Ja. Schnitt rüber zu Cordy und Xander. Jetzt wird's toll. Ah! Sie sind im Keller eingesperrt, sind sich am Angiften. Cordelia ist besorgt. Wann sie denn hier rauskommen, Xander ist da völlig entspannt. Wir sitzen die Sache aus, bis Buffy uns retten kommt, weil die muss ja irgendwann auftauchen, denn es ist ja ihr Haus. Ey, und Cordelia, das hab ich mir auch aufgeschrieben, und Cordelia so, wieso würde Buffy hier suchen? Und Xander, Alter, wir sind in ihrem Zuhause. Konzentrier dich. Nee, das war schön, das war wieder perfekt. Aber auch schön, wie Cordelia eigentlich aktiv werden will, und Xander sich mal wieder retten lassen will, im Grunde. Also, er sagt, Buffy wird durch die Sache schon schaukeln. Aber gegenseitig schaukeln sie sich dann auch hoch, und es ist eigentlich eine schöne Freude, den beiden zuzusehen, wie sie sich angiften, bis ihnen dann sogar die cleveren Beleidigungen ausgehen. Dann gibt's nur noch, ich hasse dich, ich hasse dich, sie kommen sich näher. Bevor du das Nächste sagst, ich finde ja, dass Xander in ihrer Gegenwart wirklich die besten Sprüche hat, ne? Jetzt ganz egal, abgesehen davon, was jetzt gleich passiert, aber grundsätzlich, wie die sich angiften, ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Wundervoll. So, bitteschön. Ich hasse dich, und ich hasse dich, und sie küssen sich. Energiereiche, romantische Musik, hab ich aufgeschrieben und eingespielt. Ich hab geschrieben, die Musik bei dem Kurs war super bescheuert. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass vorher nicht drauf hingedeutet wurde, dass es irgendwann passieren könnte. Es ist ja nicht so, dass du im Internet unterwegs warst, dich belesen hast, dass es auch passieren könnte. Es ist ja auch nicht so, dass wir, also ich das in meinem Reden auch nicht schon mal angedeutet haben könnte. Also kam es jetzt nicht so überraschend. Es war eher so ein, keine Ahnung, so endlich Platz ist aus denen. Ja, und auch wie es aufgebaut war und wie es da hingeführt wurde, war es ja eigentlich eindeutig, dann so ein paar Sekunden vorher. Ich hab trotzdem, ich hab wirklich lautlos gebrüllt, ne? Ich hab die Folge ja alleine geguckt und war so, nein, oh! Wieder haben die Nachbarn geklingelt. Nein. Und dann hab ich die Musik gehört im Hintergrund und musste erst mal lachen. Weil das ist ja so, so richtige Klischee-Musik. Ja, so wie aus so einer Soap, nee, wie heißt denn das? Nicht Soap-Sitcom? Aus den 80ern. Nee, aus einem Drama. Diese Düdelmusik, aber jetzt nicht so. Keine Soap, das benutzen die nicht. Das ist eher so klassische romantische Filme, wie Casablanca vom Winde verweht und sie küssen sich und es kommt epochale Streicher. Aber ein bisschen übertrieben, ne? Natürlich, das soll's ja auch wirken. Also meine Fritz. Denn es ist ja nicht sofort alles dann hier eitelt Sonnenschein, ne? Ist ja nicht alles super dann, weil die Stimmung küppt nämlich sofort wieder. Ja. Und beide sind überhaupt nicht glücklich mit dem, was gerade passiert ist. Mhm. Und Sender auch, dann wird Sender aktiv, wir müssen sofort raus hier. Ja, jetzt auf einmal, ne? Und schon ist es vorbei mit der Romantik. Ja, also sie wollen aus dem Haus flüchten, rennen auch aus dem Keller raus, weil anscheinend Madennormen nicht mehr vor der Tür hängt. Der hängt dann aber an der Decke und die Maden befallen, dann Cordelia. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, wie der Leute tötet, indem die Maden die Leute fressen. So, weißt du, wie schnell du so ein paar Maden von dir entfernt hast, bevor die da dich gekniffen haben, die ja so ganz winzig kleine Münder haben. Aber vielleicht kneifen die ja mit ganz viel Gift. Vielleicht sind das giftige Maden. Giftige Maden wäre natürlich eine Erklärung, ja. Aber die Maden... Weil es ist auch nicht normal, dass jemand aus Maden besteht. Also können ja auch die Maden irgendwie merkwürdig sein, ne? Also... Oh, schön. So. Die, wie gesagt, die Maden fallen von der Decke auf die rausrennende Cordelia. Und da gibt es nochmal die schöne Szene, wo Sander Cordelia mit dem Wasserschlauch abspritzt. Und er macht es etwas ein bisschen zu lange. Vielleicht genießt er es auch ein bisschen zu sehr aus verschiedensten Gründen. Ja, das war auch mein Gedanke. Er hat, glaube ich, auch so kurz so einen Moment, wo er so einfach so geradeaus guckt und das Wasser auf eine Stelle hält. Und da dachte ich, na, Sander. Ja, auch gut. Obacht. Außerdem ist er immer noch verwirrt von der Situation von gerade eben. Ja, und es sind ja immer noch aufgestaute Emotionen aus den letzten zwölf Jahren, ne? Das stimmt. Aber schön. So, wir sind dann in der nächsten Szene zurück in der Schule. Und Buffy sieht der Zukunft in ihrer Berufswahl etwas positiver entgegen. Mhm. Jetzt, da sie auch mit Willow drüber gesprochen hat. Wir haben dann Oz, der im AB sitzt, also im Aufenthaltsbereich. Freu dich bitte mehr über Oz. Du freust dich sonst immer so richtig sehr aus vollem Herzen über Oz. Brich mich doch nicht. Komm nicht dazu. Nein. Denn der tolle Oz sieht Willow. Ja. Und reagiert sofort. Das ist ein Mann der Tat. Okay. Kommt sofort auf Willow zu. Ja. Und sie reden nochmal über das Angebot der Computerfirma. Und beide haben aber kein Interesse. Ja. Sie will was anderes machen und er will überhaupt nicht arbeiten, sagt er. Er will lieber Gitarre spielen. Gut. Ich habe eine Frage. Ja. Er hat ja da braune Haare. Ja. So. Willow sagt auch, ich habe es mir aufgeschrieben, your hair is brown. Und er, yeah, sometimes. Ich habe jetzt die Frage, weißt du was zu diesen plötzlich wechselnden, Haarfarben und hat er seinen Hintergrund oder nicht oder, äh, also. Der ist 17. Ja. Er kärbt sich halt wohl gern die Haare. Ja, aber was weiß ich, vielleicht war es ja auch, der Typ hatte, nein, ach Quatsch. Irgendwas. Das ist ein Borderliner. Irgendwas. Der hat bestimmt auch Ritzer im Arm. Hallo. Das habe ich niemals behauptet, Alter. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Hat es mit dem Schauspieler zu tun, dass der vielleicht irgendwie, weiß ich, eine andere Rolle noch hatte parallel und dazu braucht er dunkle Haare oder so. Dazu gibt es keine Information. Schade. Okay, dann ist er wirklich nur ein Teenie, der sich die Haare färbt. Weiß man es, du hast schon andere komische Trivia-Facts aus dem Ärmel geschüttelt. Da kann man doch mal fragen. Das ist das erste richtige On-Screen-Gespräch zwischen den beiden. Ja. Und Oz ist offensichtlich an ihr interessiert, was wir alle sehr schön finden. Sie kennt das aber nicht. Aber nicht auf unangenehme Art und Weise. Hübelangenehm, der Typ, oder? Ja. Oz ist ein toller. Ja, ich mag den. Unsere unschuldige, süße Willow checkt das aber nicht so. Nein. Naja gut, klar, die denkt nicht dahin, weil ihr das noch nie wirklich passiert ist. Von daher ist es ja völlig legitim. In der Zwischenzeit wird dann Buffy von einer Polizistin an so einem Infostand für Berufe aufgerufen. Und die fängt sofort an zu ballern. Ich habe mir aufgeschrieben, what the fuck, Alter. Ja. Aber die sieht auch, wie habe ich es in irgendeinem Bericht gelesen, die sieht aus wie so eine Sockermarm. In einem Bericht? Okay. Ja, Sockermarm. Ja. Und also ist auch recht unspektakulär. Na gut, also die Bemerkung kommt gleich, Buffy kann sie dann mithilfe von Kendra recht schnell in die Flucht schlagen. Bemerkung, Doppelpunkt, das war ja natürlich vor dem Amoklauf an der Columbine High School. Ah ja. Der 99 war. Ja. Aber dann habe ich mal geguckt, also die Amis sind krank. Sie sind krank. Amokläufe gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts bei den Amis. Okay. Und jedes Jahrzehnt ungefähr drei mindestens. Okay. Und dann war halt nur Columbine High School, war halt sehr medienpräsent und auch weltweit sehr bekannt. Deswegen ist das halt so eins der ersten, was uns auch bekannt ist. Ich glaube, wir müssen nicht über die Waffenpolitik der USA sprechen. Je älter ich werde, desto weniger mag ich diesen Staat. Ja. Ja. Es taucht nochmal kurz Jonathan auf, das möchte ich erwähnen, wird kurz als Geisel genommen von der Polizistin. Ach, Jonathan. Da war es mal wieder. Das fällt mir nie auf. Nie. Jonathan ist, du wirst ihn noch mögen lernen. Okay. Es wird natürlich fast keiner verletzt oder keiner schwer verletzt. Aber. Nur Oz. Der Oz wird an der Schulter getroffen. Was ein Held. Fräuchttbar. Was ein Held. Na, der hat Willow das Leben gerettet. Was ein Held. Der ist einfach so in die Kugel gesprungen, um Willow das Leben zu retten. Der kennt ihn noch nicht mal richtig. Zum Glück hat es nur die Schulter getroffen, ne? Ja. Ja. Ich habe allgemein gedacht, also dafür, dass die alle so dumm. Und rumstanden, da hat es einen an der Schulter getroffen. Ja. Meine Frisse. Die hat übel rumgeballert. Locker vier, fünf Kugeln. Ja. Und Oz-Reaktion mag ich auch sehr. Ich wurde angeschossen. Wow. Das tut verdammt weh. Ich liebe Oz. So. Dann muss Buffy natürlich Giles von der Sache berichten. Ich möchte betonen, wann und wo war Schneider? Ja. Der hat doch nach ihr gesucht. Ja. Oder wann war sie bitte bei Schneider? Und generell, das ist dann wieder so eine Sache. Ja gut, das ist jetzt entweder Buffy's Schuld oder wir vergessen den Vorfall einfach. Ja. So wird es wahrscheinlich werden. Oder wir hatten gerade eine fette Schießerei in der Schule, in der Highschool. Wo ist die Polizei? Ja. Also Willow spricht nur von einem Rettungssanitäter und keiner wird befragt. Da war eine Polizist, als Polizistin verkleidete Frau, die Amok gelaufen ist. Interessiert das irgendwen? Stefan macht wilde Bewegungen mit den Arten. Ich gestikuliere, ja. Interessiert das überhaupt wen? Na eben nicht, weil das ist wieder sowas, das passt nicht in die Handlung, deswegen interessiert das erstmal keinen. Und Buffy war auch direkt beteiligt, ne? Ja. Sie hat sich ja zu Boden gerungen und so und die konnte sich dann einfach wegschleichen, während die offiziellen Behörden da waren. Okay, cool. Naja, auf jeden Fall sind sie in der Bibliothek und Buffy wird verarztet, glaube ich. Und Xander und Cordelia kommen dann in die Schule und berichten. Mhm. Was ihnen tolles passiert ist, außer dem Kuss. Kendra sieht sie und geht gleich in Angriffsposition, übel geil. Buffy pfeift sie zurück wie ein Hund und Xander bemerkt Kendra. Alter, mein... Seine erste Reaktion, oh hallo. Ja, und ich denke mir in dem Moment so... So wie Joey bei Friends. Hi. How you doing? Ja. Also... Wie geht's? Also in dem Moment dachte ich mir, okay, Xander is back mit seinem... Da ist eine hübsche Frau. Ich mach mal einen Spruch. Man muss mal Chancen nutzen. Hab grad nur mit Cordelia rumgeknutscht. Ist ja jetzt nicht sexistisch. Hallo zusammen. Hallo. Mit der Frau oder mit dem Mädchen, die ich eigentlich voll hasse. Mit der hab ich rumgemacht. Egal, da steht ein hübsches Mädel. Lass mal hallo. Sander und Cordelia erfahren dann schnell, dass es noch eine Jägerin gibt. Sander, ach, noch eine Jägerin. Oha, ich wusste doch, der Spruch, dass du die Einzige bist, ist pure Eitelkeit. Super. Heißt dann Kendra willkommen und Kendra scheint auf einmal sehr nüchtern, äh schüchtern. Nüchtern. Nüchtern ist sich sowas von. Schüchtern und fängt auch an zu stottern und auf einmal ist sie gar nicht mehr so fokussiert und selbstbewusst. Das war ein schöner Versprecher. Was ich geil finde, ist, dass Cordelia überhaupt nicht interessiert ist, denn sie kümmert sich immer nur wieder um ihr Leid. Sie findet noch eine Made in ihrem Haar und worauf sie dann auch rausrennt und duschen geht. Sie sagt doch auch nur so ganz kurz so, ah, hallo, zu Kendra. Ja, genau. Und setzt sich hin, ne? Buffy, es gibt da nochmal einen schönen Callback zur Gottesanbitterin, ne? Buffy zu Sander, du hast es mit Krabbeltieren. Mach dich so etwas an. Chiles hat währenddessen das vollständige Ritual entschlüsselt und man braucht den, sie erfinden jetzt auch raus, dass man den Erzeuger, des Vampirs und eine Vollmondnacht braucht. Alles heute, alles nach. Natürlich, natürlich. So. Buffy weiß, wer Drusilla erschaffen hat und sagt was den anderen auch und Sander lässt dann sein übliches Gift los und bekommt prompt von Willow eine gelangt. Ja. Ja. Also der bekommt hier auch richtig ab, ne? Es reicht jetzt halt auch langsam, ne? Letzte Folge von Chiles und jetzt kriegt er nochmal von Willow hier, bam. Jedes Mal diese dummen Sticheleien. Sei doch still, Sander. Sie reden dann auch drüber, Angels retten zu wollen und Kendra meint halt, sollten wir uns nicht eher auf Drusilla und das Ausschalten von Drusilla konzentrieren. Und Sander dann, er ist unser Freund, auch wenn ich ihn nicht mag. Da fragst du dich, ne? Na, Sander sieht durchaus die Wichtigkeit von Angel als Verbündeten. Und er ist auch kein kompletter Arsch. Ja, aber erst mal dumme Sprüche lassen, ne? Natürlich. Ach Gott. Buffy spricht dann ein Machtwort und Kendra ist sofort mit dabei. Buffy sagt, nobody messes with my boyfriend. Und da merkt man auch, Kendra ist die bessere Schülerin, aber ihr fällt auch, also hier fällt ihre Unterwürfigkeit ihr auf die Füße. Mhm. Buffy ist definitiv die bessere Anführerin. Mhm, auf jeden Fall. Buffy ist dann auch sauer, schickt mir alles, tut mir alles an, aber niemand vergreift sich an meinem Freund. Stimmt, das hast du noch, hast du schon gesagt? Entschuldigung, etwas zu früh. Ja, ich auch. Ich lese es halt dann wieder neu hier in meinen Notizen und dann merke ich, ach scheiße, haben wir ja schon drüber gesprochen. So, in der nächsten Szene sehen wir, ich hab aufgeschrieben, Cordelia foltert Angel, ist ja gar nicht so, ist ja Drusilla. Ups. Drusilla foltert Angel mit Weihwasser und erzählt dann von ihrer Familie, die natürlich Angel alle gefoltert und alle getötet hat. Das ist schon böse. Also, hier kriegt er nochmal einen Callback zu seiner bösen Vergangenheit. Mhm. Ich finde auch Juliet Landau spielt das hier wieder richtig geil. Mhm, ja. Super. Man spürt gleichzeitig ihre Anspannung und die Befriedigung, die sie so dabei kriegt, während sie Angelou foltert. Angelou, da haben wir es wieder. Die Scoobies währenddessen suchen nach der passenden Kirche und noch mehr Informationen über den Bund von Taraka. Mhm. Buffy und Kendra unterhalten sich dann in Giles Büro und das ist ein sehr wichtiges ein sehr gutes Gespräch. Ja. Während sie halt ihre Waffen vorbereiten. Kendra ist weiter sehr vorwurfsvoll gegenüber Buffy, die halt ihre Aufgabe irgendwie zu Labidar wahrzunehmen scheint. Und Kendra versucht ihre Unsicherheit hinter Professionalität zu verstecken. Ja. Denn man merkt es, als sie prallt alle Arten von Waffen auswendig zu kennen und im nächsten Atemzug versehentlich die Lampe mit der Armbrust. Tötet. Meuchelt. Wie Buffy das dann sagt. Kendra killed a bad lamp. Das fand ich gut. Und da fallen dann halt die Hüllen. Metaphorisch, Willi. Oh oh. Metaphorisch. Und Buffy deutet an, sie ließ sich halt nicht ihre Persönlichkeit von dem Job unterdrücken. So sagt sie es ja auch. Und Kendra erzählt auch nochmal, ihr wurden Freunde, Schule und sogar Familie verwehrt. Selbst ihre Eltern haben sie schon als kleines Kind weggegeben, damit sie dafür ausgebildet wird, Jägerin zu werden. Was für eine Scheißaufgabe. Was ist, wenn Kendra nicht zum Jägerin erwählt wurde und dann hat sie ein ganzes Leben dafür geopfert? Ich finde das auch recht hart so, dass die Familie sie weggibt. Also ich meine, es ist irgendwo sehr nobel und naja, also ist ja gut, wenn sie dann die Welt retten kann. Vielleicht nicht sogar überspitzt gesagt, aber wenn das Schlimmste passiert. Aber richtig, ich meine, sie ist jetzt, sie ist jetzt auch 16, 17 oder so. Ja, ungefähr dasselbe Alter. Schon irgendwie, nun ja. Ja. Bei Buffy Vicky habe ich nochmal nachgelesen, in der Serie, also in den Folgen wird ja nie ihr voller Name genannt. Sie sagt auch nur, dass sie Kendra und dass sie auch keinen Nachnamen hat, sagt sie so in der Folge bei Wikipedia. Sie steht aber ein Nachname, Kendra Young. Ah ja. Und sie ist 1982 in Jamaika geboren oder auf Jamaika. Ja, deswegen Akzent. Genau. Und warte, kommen wir schon zu einem Akzent? Bestimmt später, wenn es da nicht steht in deinen Notizen. Da kommt, nein, das kommt später. Das kommt definitiv später. Das habe ich mir später aufgeschrieben. Ich weiß, was du meinst. Bleiben wir beim Gespräch. Buffy erkennt, dass sie es im Grunde besser hatte als Kendra. Also die ganze Zeit hat sie gedacht, okay, Kendra ist vielleicht die bessere Jägerin oder so, aber Buffy hatte einfach ein schöneres Leben bisher. Und statt Eifersucht kommt halt so ein bisschen mehr Mitgefühl für Kendra dann ins Spiel. Und sie thematisieren dann ihre unterschiedlichen Antriebsfedern. Kendra sagt, sie benötigt einen klaren Kopf zum Kämpfen. Und Buffy schöpft aber Kraft aus ihren Gefühlen für ihre Freunde und Familie, die Kendra ja alle nicht hat. Ja. Buffy findet aber auch Spaß am Kämpfen. Sie beschreibt es auch wie ein Tanz, bei dem sie ihre Kreativität einsetzen muss, um den Gegner zu übertrumpfen. Und da merkt man halt, okay, so viel sie darüber meckert, hat sie auch schon echt Spaß dran. Ja. An dieser, keine Ahnung, Macht oder... Wäre auch irgendwie komisch, wenn die Auserwählte nicht so eine, weiß ich nicht, so eine natürliche, wie nenne ich es denn, so eine Fähigkeit dafür hat, das gut zu machen und daran auch was zu finden oder was daraus zu schöpfen. Und dann auch ein schöner Moment, Buffy provoziert dann Kendra, um ihr halt zu beweisen, dass Emotionen auch eine Motivation sein können. Also sie provoziert dann Kendra und Kendra fährt sich hoch und beinahe kommt sie zum Kampf aus Scherz. Mal wieder. Und Kendra sagt dann auch nochmal, weil Buffy es anspricht, dass Kendra keinen Kontakt zu Jungs haben durfte. Deswegen hat sie auch so reagiert, als Xander in den Raum kam. Da war ich erst mal ein bisschen verwirrt, weil sie so... Also jetzt mit der Erklärung verstehe ich es, aber im ersten Moment dachte ich, sie ist sofort verschossen in Xander, so wie sie sich verhält, so ganz klein und weiß gar nicht, was sie sagen soll und überhaupt. Gut, das ist dann eine Erklärung, die verstehe ich, aber im ersten Moment dachte ich, was ist denn? Hallo? Sie konnte keine sozialen Fähigkeiten im Umgang mit dem anderen Geschlecht sammeln, außer jetzt älteren Typen ihrem Wächter. Ja. Wahnsinn. Apropos Xander, der findet was über Wurmbäu heraus. Warte, ich habe noch was zu der Szene von den beiden. Mir ist aufgefallen, also ich habe das Gespräch aufmerksam verfolgt und dann gegen Ende, gegen Ende ist mir aufgefallen, dass Buffy beziehungsweise Sarah Michelle Gellar keine Ahnung hat, wie man eine Klinge schleift. Hast du da drauf geachtet? Natürlich nicht. Die hat doch diesen Stab in der Hand, wo du auch deine Küchenmesser mit wetzen kannst, ne? Ja. Und ich weiß das noch von meinem Opa von früher, der hat immer regelmäßig die Küchenmesser gewetzt und ich weiß, wie diese Bewegung aussieht. Und die hat mit der Bewegung von Buffy, schrägstrich Sarah, nichts gemein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass damit, so wie sie das gemacht hat, dass da irgendwas an dem Messer scharf genug werden konnte, als dass man dieses Messer ordentlich einsetzen kann. Und sobald ich das gesehen habe, habe ich nicht mehr auf den Inhalt geachtet vom Gespräch, sondern nur auf ihre beknackte Bewegung, ja, musste ich nochmal ein bisschen zuhören dann im Nachhinein. Aber ja, Requisiten sind scheinbar, ja. Es gibt auch Leute, die hat der Akzent sehr abgelenkt. Aber kommen wir erstmal zu Zander. Der findet was über Wormboy heraus. Ja. Ja, aber eigentlich so Infos, die wir alle schon kennen, ne, weil es muss aber nochmal für die Gruppe geteilt werden. Aber er nutzt die Gelegenheit, um den alten Hass zwischen ihm und Cordelia zu schüren. Jetzt hat er es ja einen anderen Beigeschmack, ne? Denn er ist wahrscheinlich noch durcheinander am Kuss und will zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Und Willow guckt so ein bisschen so, äh. Naja, das übliche. Sie kriegt es ein bisschen mit, finde ich. Okay. Also da ist so ein ganz kurzer Moment dabei, wo sie so rüber guckt, so auf der, Moment mal. Und dann macht sie weiter ihre Sache. Aber für mich hatte sie kurz so eine Sekunde, wo mir das aufgefallen ist. Buffy fällt dann ein, ach, vielleicht können wir ja doch Willy in der Bar foltern. Oh, klar. Dann zu bewegen, befragen. Natürlich. Um an die Infos zu kommen. Und das Ritual rückt eben immer näher. Und unsere Bösewichte und Angel bewegen sich dann in die Kirche fürs Ritual. Vorher gibt es aber nochmal eine schöne Szene zwischen den dreien. Also Drusilla, Spike, Angel. Denn Angel weiß, welche Knöpfe er bei Spike drücken muss. Er deutet nämlich an, dass er Drusilla besser verstehen könnte. Und dass Angel und Drusilla schon ganz schön viel Spaß hatten in der letzten Stunde. Sag ich doch. Er sagt, Angel konnte ihr in den wenigen Momenten vorhin mehr Befriedigung geben als Spike überhaupt. Und das wurmt Spike richtig. Und das macht den guten William ordentlich eifersüchtig. Und fast fehlt Spike, Angel. Damit wäre dann das Ritual hingewiesen. Ja. Das wäre auch ein guter Serientod gewesen, oder? Ja, irgendwie. Also ich mag die Chemie zwischen den dreien sehr. Da ist ja auch noch viel. Da ist noch viel Spielraum. Also viel im Verborgenen. Was vielleicht ja noch. Du auch nicht weißt. Aha, toll. In der Zwischenzeit setzen dann Kendra und Buffy den Plan um und gehen Willy befragen. Willy. Und machen das Guter-Kopp-Böser-Kopp-Ding. Wobei die Schwarze der Böse-Kopp ist. Es gibt nochmal einen kleinen Streit zum Thema Prioritäten. Und Buffy will sich von Willy sofort zum Ort des Rituals führen lassen. Aber die Prinzipientreue Kendra will erstmal bei Giles Befehle einholen, weil das die Vorschriften sind. Sich melden, ja. Und Kendra betont auch nochmal, dass es ihr völlig egal ist, ob so ein weiterer dummer Vampir drauf geht. Namens Angel. Ein toter Vampir ist ein guter Vampir. Angelo. Angelo. Also wir kommen dann in der nächsten Szene in die Kirche. Und Buffy rennt natürlich geradewegs in der Falle. Denn Willy hat schon vorher einen anderen Deal abgeschlossen. Ja. Und er führt sie direkt zur Fake-Polizistin namens Patrice. Ach, Patrice. Patrice. Oh Gott, das ist ja so ein richtig... Und da geht es ja mal im Kopf rund. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Patrice. Herrlich. Den Namen kann ich auch nicht mehr neutral hören. Ich habe auch direkt da dran gedacht. Deswegen passt das auch super geil dahin. Außerdem Norman, also der andere von dem Bund von Tahaka, der Madenboy und weiteren Vampiren. Patrice. Spike beginnt dann mit dem Ritual. Und Angel und Drusilla sind auch echt hot aneinander gebunden. Angel ist auch oben ohne. Hot. Ja. Also es hat schon eine sexuelle Note. Absolut. Gut. Und Buffy wird von den anderen in die Kapelle geführt, wo das Ritual durchgeführt werden soll. Ist so ein bisschen, ja. Strategisch unklug, wie auch Spike dann bemerkt. Aber Willy hat das wohl falsch verstanden. Und da habe ich jetzt mal eine Frage. Wenn der Bund von Tahaka den Auftrag hat, Buffy zu töten, warum machen sie es nicht einfach, sobald die vor denen steht? Warum darf der kleine Willy jetzt bestimmen, nee, wir bringen die jetzt rein zu Spike? Keine Ahnung, nicht mitgedacht. Also, was hat denn der Barbesitzer jetzt hier mitzureden? Na, vielleicht wurde dem eine neue, frische Einrichtung versprochen oder so. Okay. Weißt du, was da für Deals gelaufen sind? So, und natürlich kommt dann irgendwer zur Rettung, bevor Buffy dann endlich mal getötet werden könnte. Also jetzt nicht mein Wunsch von mir, aber mal wieder kommt jemand zur Rettung. Und es ist diesmal Gendra und die macht ein paar Saltos. Hä? Sie kommt mit drei Saltos in den Raum rein. Na, es ist halt schneller als gerannt. Nein! Schneller und du kriegst einen richtigen Adrenalinschub. Ja, du bist danach kaputter, als wenn du drei Meter gerannt wärst. Ja, einsam. Nicht die Jägerin. Okay, okay. So, es wird dann gekämpft und die Scoobies tauchen dann auch nach auf. Voll gut. Was, die Kämpfe? Ja, na, dass die Scoobies alle da noch reinrennen und die auch alle voll hilfreich sind. Ja, klar. Ich habe es auch noch alles detailliert aufgeschrieben. Okay, gut. Gut, anscheinend haben sie alle zur selben Zeit die passende Kirche gefunden. Aber Kendra hat ihnen halt Bescheid gegeben. Eins von beiden, ne? Ich vermute in dem Fall sogar Kendra. Weil wenn jemand dann doch mal Bescheid sagen würde, dann wäre es Kendra. Die ist wahrscheinlich wirklich zu denen gerannt und hat gesagt, so, wir müssen jetzt zu der und der Kirche oder so. Aber sie wusste ja auch nicht, zu welcher Kirche es geht. Na, die Kirche halt. Nee, okay. Im Endeffekt hatte Kendra hier nicht Unrecht. Ja. Also, Buffy hätte auch draufgehen können durch ihr unbedachtes Verhandeln. Sie war halt blind vor Liebe für Angel. Angelo. Und ohne Verbündete wäre Buffy hier wieder tot gewesen. Das stimmt. Wobei Buffy dann wieder recht hat, ne? Also im Gegensatz zum Becher. Richtig, ja. Es ist wohl nicht alles schwarz und weiß, oder? Es ist nicht so einfach, ne? Ja, ja. Sender und Cordelia bekommen ihre Abrechnung mit Norman. Oh ja. Sie locken ihn raus und locken die Maden dann auf so Farbe. Sie haben da so eine Farbpfütze hingemacht und da bleiben die Maden natürlich kleben. Und dann können sie die schön zerstampfen. Cordelia rastet ja schon ein bisschen aus. Die hat ein bisschen was zu bewältigen. Bisschen Dinge verarbeiten damit. BDBS zu verarbeiten, ja. Kendra kämpft gegen Spike. Halt, stopp. Habe ich das richtig? Also hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Achso, ich habe es auf Deutsch geschaut. Okay. Na, dann weiß ich nicht, ob es auch so übersetzt wurde. Ich habe mir das nicht mehr, wenn ich was gucke. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, hat Sender Cordelia Cordy genannt. Ich habe Cordy verstanden. Und das war jetzt ein wichtiger Moment, weil er ihren großen Namen nimmt, gibt. Und das gibt noch eine engere Beziehung zwischen ihm. Naja, hä, warum sollte er sie mit einem Spitznamen? Die haben die schon öfter mal Cordy genannt. Sowas merke ich mir nicht. Wer soll sie denn sonst Cordy genannt haben? Woher soll ich denn sonst den Spitznamen haben? Ja, du kennst ja die Serie. Ich nicht. Also, so offensichtlich fand ich das jetzt auch. Ja, also, ich werde es ja wohl eine Frage stellen dürfen. Nein. Okay. Kendra kämpft gegen Spike. Ja. Willow und Giles gegen einen einzigen Vampir. Geil auch, wie Willow auf seinem Rücken hängt, auf ihn einprügelt, während Giles versucht, irgendwas zu reißen. Buffy kämpft gegen Patrice. Und dann kommt es zu einem geilen Wechsel. Also, relativ cool gemacht, ne? Buffy macht eine Ansage, so, Wechsel. Und dann kämpft Kendra gegen Patrice. Und Spike, auch wir als Liebertäter, gegen Buffy. Mhm. Ja, weil es halt Todfeinde sind. Willi, ja? Ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, Willow tötet doch dann auch einen Vampir. Ja. Hast du, das finde ich übel gut, weil sie ruft, glaube ich, irgendwie von wegen, halt ihn fest oder sowas. Und dann siehst du nur so, also so ganz knapp am Bildschirm praktisch oder an der Kamera vorbei, damit, ne, Special Effect und bla bla. Geld sparen, meinst du? Richtig. Wie sie den Pflock da reinhaut. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, Willow, hat auch dazugelernt, ne? Aber ich erinnere mich, dass sie schon einen hat töten müssen. Ja, ja, aber dass sie, ja, aber dass sie jetzt auch irgendwie mit mehr, wie nenne ich's denn, also, also logischer, ja, und logischer und, ja, daran geht, dass sie auch Teenager nie drauf gehen, die in den zwei, ne? Können wir wieder sagen, das hätte die Willow von vor einem Jahr nicht gemacht. Nee, definitiv nicht. Genau. Willi kann natürlich in dem Getümmel sehr schnell fluchten. Willi. Kendras T-Shirt wird von Patrice angeritzt. Und sie sagt auch, das war mein liebstes und einziges Shirt, Patrice. Also diese Patrice, ne? Weißt du, wie die stinken muss, wenn das ihr einziges Shirt ist? Das kann man ja waschen. Okay. Dann muss es immer trocknen. Heizung. Das heißt, die muss immer ein paar Stunden im Hotelzimmer abhängen oder so, wo sie halt da schläft. Föhn. Und dann, ja, okay. So. Oder trocknen. Und das macht die Jägerin wütend. Und schon nutzt sie ihre Emotionen zum Vorteil. So. Tipp an die Gemeinschaft, habe ich mir aufgeschrieben. Niemals die Jägerin wütend machen. Mhm. Deswegen. Lebt dann nämlich Patrice nicht mehr lange. Beziehungsweise sieht man gar nicht, wie sie stirbt. Sie wird nur von einer herabstürzenden Holzbalken niedergedrückt. Das war es schon wieder. Wir könnten jetzt die Game of Thrones-Regel anwenden. Hast du nicht gesehen, dass sie sterben? Richtig. Könnten sie noch leben. So. Hm. Wer weiß. Ob Patrice nochmal einen Auftritt hat. Ich hoffe nicht. Ich will Patrice nicht nochmal sehen. Du weißt doch, ob die nochmal kommt oder nicht. Was ist das für ein Kommentar? Ich versuche mich in deine Lage zu versetzen. Ah, okay, okay. Ich bin voll drin. Sehr gut. Während des Kampfes war die Kirche so ein bisschen angezündet. Ein bisschen. Ja. Buffy ist schon wieder in Gebäudebrand verwickelt. Ja, allerdings. Oh, nee. Und Spike will dann mit Drusilla flüchten. Mhm. In der Hoffnung, das Ritual sei beendet. Also er bindet sie los, nimmt sie mit. Und Buffy schleudert dann, und ich musste das googeln, einen Weihrauchschwenker oder Weihrauchfass hinter ihm her. Wie so ein Morgenstern, der ihn am Hinterkopf trifft. Ich finde. Und ihn niederschlägt. Da finde ich Sarah Michelle Gellar irgendwie süß, wie sie das so schwingt, weil das jetzt nicht so aussieht, als ob sie das schon sehr häufig getan hätte. Und ich finde sie aber, das hatte ich mir weiter vorne auch aufgeschrieben, ich finde sie aber mittlerweile in den Kampfbewegungen, die sie macht, die sie selbst macht, finde ich sie mittlerweile souveräner. Und da kann ich mich daran erinnern, dass du mir das auch mal gesagt hast, dass sie irgendwann besser in die Rolle reinwächst. Und ich finde, wenn man sich da die paar Moves anguckt, und die von ganz am Anfang, dann finde ich es schon irgendwie, es fällt nicht mehr so sehr auf, dass sie eigentlich das im echten Leben nicht so häufig tut. Von daher, ganz cool eigentlich, wie sich das auch bei ihr so entwickelt. Die Frage ist, wo wollte das Bike hinrennen? Denn anstatt zu einer Tür zu rennen, rennt er direkt auf eine Orgel zu. Und während er stürzt, stürzt die Orgel über ihm und der bewusstlosen Drusilla zusammen. Und das war es erstmal für die beiden. Keine Ahnung. Angel kann dann gerettet werden, bevor die Kirche halt komplett einstürzt. Bei sehr dramatischer Musik habe ich mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall. Sehr, sehr dramatisch. Am nächsten Tag in der Schule, Willow und Ross unterhalten sich wieder. und sie dankt ihm, dass er die Kugel für sie eingefangen hat. Er versucht natürlich abzulenken und redet über seine Kekse, die er dabei hat, lässt aber einfließen in einem kleinen Satz, dass er vor Willow noch nie so ein bezauberndes Lächeln gesehen hat. Voll süß. Das erwärmt mein Herz. Wie angepisst du das jetzt gesagt hast. Mache ich gar nicht. Und sie gehen dann auch weiter und philosophieren über die Kekse. Mir ist aufgefallen, dass Oz, also der Schauspieler, echt klein ist. Ja. Das ist ja niedlich. Ja. Er ist ja noch kleiner als Willow. Also Alison. Er ist größer als Seth Green, ja. Weiß man, wie groß Alison ist? Habe ich nicht angeschaut. Und er ist kleiner. Ja. Um das so zu definieren. Größer als Seth Green. Das steht auch in ihrer Vita. Ich finde es schön, wie er sagt, dass hier alle Affen als Franzosen betitelt werden. Mhm. Im Umkehrschluss sind alle Franzosen Affen. Mhm. Ja. Wo jetzt, ne, manche Leute hassen Linkshänder, ja. Mag ich die Franzosen nicht. Das kann ich unterschreiben. Und ich war noch nie in Frankreich. Ich war mal in Frankreich. Das ist völlig Unritter, der da völliger Dummerhass. Ich war in Frankreich und die waren wirklich nicht nett zu mir und meiner Familie. Wobei ich... Da war ich auch noch ein Kind. Und seitdem habe ich einen Groll gegenüber Hotelpersonal in Frankreich. Wobei ich sagen muss, das französische Kino ist sehr gut. Es gibt viele gute französische Horrorfilme und viele gute französische Komödien. Um Gottes Willen, ich kann auch nur von drei Hotelangestellten sprechen, die halt nicht nett waren. Übrigens, bei den Dreharbeiten hört der Dialog nach dem Lächeln von Willow auf. Nachdem er ihr sagt, ich habe noch nie so ein bezauberndes Lächeln gesehen. Beim Drehen hören sie da aufzureden. Und gehen ja dann weg, aus dem Bild raus. Und der Rest wurde nachträglich eingefügt. Das finde ich gut. Ich finde es auch so besser. Dass die noch ein bisschen quatschen. Hat was Niedliches. Ja. Ja. Und der Satz über die Affenkekse zu den anderen Tierkeksen, nochmal auf Englisch, habe ich mir aufgeschrieben. I mock you with my monkey pants. Der stammt aus einem Traum von Alison Hennigan. Sag mal, wie viele Träume verarbeitet diese Frau eigentlich in dieser Serie? Man muss auch sein Privatleben irgendwie verarbeiten. Ja. Frösche, Träume. In der nächsten Szene oder in der nächsten Resümee der Charaktere haben wir Cordelia und Senna. Und er sagt zu ihr, sie sollen über den Vorfall reden. Und sie müssen sich ja nicht ewig aus dem Weg gehen. An der Stelle fand ich ihn auch recht erwachsen, muss ich sagen. So von wegen erstmal gleich reingekrätscht in deine Formulierung. Weil er, also sie will ja, sie will ja ihm aus dem Weg gehen. Und er fängt sie halt ab und sagt, nee, wir reden da jetzt drüber. Und ich meine, naja, was danach folgt, hat niemand geplant. Sie klären erstmal, wer wen zuerst angesprungen hat. Ja. Es kommt wieder zum Streit. Und dieser wird dann wieder mit einem weiteren Kuss geklärt. Und kommt wieder dieselbe kitschige, epochale Zaubermusik. Nee. Ich finde es grandios. Es ist, es ist, es hat die richtige Prise Humor, die dazu passt. Die es auch braucht bei den beiden. Ja, also wenn das wirklich so bierernst direkt durchgezogen worden wäre, hätte ich das nicht, hätte ich es richtig beschissen gefunden. Aber dadurch, dass das so eine, so eine humoristische Note dabei hat, allen waren frei. Ich finde auch, ich finde für meinen Teil, ne, wir kennen Cordelia jetzt von der allerersten Staffel mit an. Und ich finde, sie hat die krasseste Entwicklung bisher durchgemacht. Von allen Charakteren dort. Da müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Sie hat sich, sie hat sich wesentlich verändert von krass egozentrisch zu, naja gut, ich denke schon ein bisschen an meine Mitmenschen. Ja, okay. In der Folge davor oder davor hat sie auch irgendwann gesagt, ich kümmere mich auch schon ein bisschen um Giles. Ja, ich überlege nur gerade, ob ich nicht vielleicht... Und jetzt geht sie halt mit ihrem Erzfeind fast, ne, knürzt sie mit ihrem Erzfeind zusammen. Ich überlege nur, also ich finde, Willow hat sich auch schon sehr stark... Ach, ach. Na, sehr, also die ist weitaus selbstbewusster als vorher in vielen Situationen. Von daher. Aber ja, wird wahrscheinlich bei Cordelia... Die meiste Entwicklung sein. Wobei ich ja glaube, dass sie das selber noch gar nicht kapiert. Nö. Wie sie sich verändert hat. In der nächsten Szene haben wir Buffy und Kendra. Und sie verabschieden sich. Und Kendra will zurückfliegen nach Jamaica. Also sagt es ja keiner in der Serie, aber das wissen wir ja jetzt. Und dieses Mal muss sie auch nicht im Frachtraum reisen. Man hat ihr ein Ticket gekauft. Da musste ich ein bisschen lachen. Warum nicht gleich so? Also was ist denn das für ein beschissener Wächter, der sie losschickt und sagt, hier fliegst du mal im Frachtraum. Vor allem irgendwie von wegen im Verborgenen arbeiten. Ja, wenn du im Verborgenen arbeiten möchtest, dann fliegst du doch wie ein ganz normaler Mensch im Flugzeug mit und versteckst dich nicht im Frachtraum. Auffälliger geht es ja nicht. Also hä? Die Logik habe ich, naja gut, um halt den Witz dann zu machen am Ende, ja. Und auch für den Plot. Dass am Anfang Kendra als Mitglied das Grund von Taraka. Kommt noch dein Kommentar zum Akzent? Ja, ja. Da bin ich schon dran vorbei. Sie geben zu, dass Angel eigentlich ganz süß ist. Also Kendra. Und Kendra erinnert nochmal dran, dass das Siegerensein kein lästiger Job sei, sondern der Grund ihres Daseins. Schön philosophisch. Und das hat sie von Buffy gelernt, sagt sie auch nochmal. Obwohl sich Buffy halt nicht immer so gibt. Ja, genau. Fand ich auch ein schöner Moment. Witzigerweise rät Buffy ihr auf dem Flug keine Filme mit Chevy Chase oder Hunden zu schauen. 1988 hat Sarah Michelle Gellar in einem Film namens Funny Farm mitgespielt. Ja. Geht um einen Film mit Chevy Chase und Farmleben. Da habe ich mich gefragt, was das auf sich hat. Aber ich google ja nicht. Ich suche ja nicht. Ich will mich ja nicht spoilern. Es ist ein sehr herzlicher, versöhnlicher Abschied. Obwohl Kendra keine Umarmung möchte. Das ist dann too much. Das geht nicht. No kissing. Genau, das war der Abschied. Das Feuer in der Kirche, sehen wir da nochmal. Gibt es nochmal das letzte Bild, war anscheinend klein genug, dass die beiden nicht verbrannt sind und Drusilla und Spike haben überlebt und Drusilla scheint zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. Das Ritual war also erfolgreich und sie hebt den bewusstlosen Spike aus den Trümmern, trägt ihn hinaus, abspannen. Ja. Jetzt kommt mein Trivia. Ich habe, Moment, ich habe zu der letzten, da kannst du es mir natürlich nicht sagen, aber ich will wenigstens, falls ich recht habe, das hier ausgesprochen haben, Grammatik, am Ende als Drusilla dann praktisch jetzt die Starke ist und Spike, der schwach ist in dem Moment, habe ich kurz überlegt, vielleicht ist das auch eine richtig dumme Idee, habe ich dazu überlegt, haben die die Körper getauscht, weil Drusilla hat so einen komischen Akzent, der mich an Spike erinnert. Stefan guckt irgendwie merkwürdig. Nee, das ist Quatsch, das werde ich mal gleich hier widerlegen. Okay, weil irgendwie der Tonfall und die Art und Weise. Das war ein ganz anderes Ritual. Was weiß ich, was da in so einer Kirche alles passieren kann, wenn da. Was in so einer Kirche passiert, haben wir ja bei Spotlight mitgekriegt. Aber, also, äh, 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 ja, okay. Nee, die haben nicht die Körper getauscht. Das klang so. Drusilla kann jetzt halt wieder normal reden, weil sie nicht mehr so geschwächt ist. Okay. Verrückt ist sie trotzdem noch. Okay. Nicht vergessen. Sie wurde ja von Angel oder Angelus verrückt gemacht. Angelo. So, Trivia. Okay, gut, ja. Es wird erwähnt, weil wir es in der letzten Folge thematisiert hatten, du es wahrscheinlich schon vergessen hast, wird hier erwähnt von Willow, dass es 43 Kirchen in Sunny Day gibt. So. Als sie nämlich nach der passenden Kirche suchen. Habe ich vergessen. Okay. Und jetzt kommen wir zu Kendras jamaikanischen Akzent. Ja, bitte. Natürlich war das nur geschauspielert, ne? Ja. Und, äh, aber, also, das war eine Entscheidung, die wurde ganz kurz vor Drehbeginn entschieden. Wurde die entschieden. Und ein echter Akzent, also ein richtiger jamaikanischer Akzent, wäre natürlich wieder unverständlich gewesen für das Publikum. Dafür hat, deswegen hat man es für das Massenpublikum etwas seichter gemacht. So ein Mittelding, ja. Aber die Schauspielerin hat dann schon, also hat in Interviews später gesagt, dass sie fand, naja gut, alle würden, alle denken, sie macht's falsch, ne? Weil sie keinen richtigen Akzent bringt, sondern nur so eine abgeflachte, schwache Variante. Mhm. Und tatsächlich habe ich in Videos, die ich mir angeguckt habe und Artikeln, die ich gelesen habe, habe ich halt gelesen, dass es manche so ein bisschen rausgebracht hat, dass die so einen schrecklichen Akzent hatte, wie sie zum Beispiel, äh, äh, Bitchfight oder irgend sowas sagt. Chicken, Chickenfight. Und alles, TH ist ja dann immer ein T. Und so, also ich fand's gar nicht so schlimm. Ich hab's auch als Jamaikanisch irgendwann entziffern können. Oh ja. Ich meine, ich, also ich bin jetzt kein, wie man natürlich weiß, meine Muttersprache ist deutsch und nicht englisch. Von daher kenne ich mich jetzt bei Akzenten nicht perfekt aus. Aber das konnte ich dann doch erkennen und ich fand's auch eigentlich ganz gut, dass es so war. Deshalb, ähm, hat's mich jetzt nicht so gestört und ich fand ihre, ihre, ähm, Tonführung in den Sätzen super geil, weil sie so die Sätze so geil betont hat und das durch den Akzent auch nochmal so eine ganz eigene Note hatte. So ein bisschen mechanisch. Ja, das wird wahrscheinlich eine Anstrengung gewesen sein für die Schauspielerin, das irgendwie so über die Bühne zu bringen, ne? Also ich halt, hab's für die falsche Entscheidung gehalten. So im Nachhinein. Jetzt, wo ich weiß. Das müsste ich vielleicht dann irgendwann später mir nochmal überlegen. Oder man hätte es vorher besser planen können. Klingt halt scheiße, wie ich finde. Ähm, Spike sagt, äh, nochmal während der Folge, also es ist ein weiteres Trivia, äh, sagt er über Buffy, oder er nennt Buffy Rebecca of Sunny Hell Farm. Und das geht wohl auf so ein Kinderbuch zurück mit dem Titel Rebecca of Sunny Brookhaven. Farm von 1903 ist das Buch. Da gibt's auch zahlreiche Verfilmungen. Eine hab ich sogar kostenlos auf YouTube gefunden. Da gab's auch eine Serie von 1978. Das Witzige ist, in diesem Buch geht es um eine junge Frau, die für ihr Alter viel zu schwierige Entscheidungen treffen muss. Ach. Dabei aber nie ihren Lebensmut verliert. Schön. Da fand ich auch gut. Und... Sowas find ich ja immer geil, wenn man sich wirklich die Mühe macht, irgendwas zu, eine Referenz zu bringen zu irgendwelchen Werken, die jetzt vielleicht auch schon älter sind, wie beispielsweise das, wenn's 1903 schon veröffentlicht wurde, sich einfach die Mühe zu machen, die Dialoge ein bisschen, mit ein bisschen mehr Inhalt auszustatten. Das find ich cool. Buffy schafft's super, popkulturelle Sachen reinzubringen. Mhm. Aber nicht so zum Beispiel wie bei The Flash. Hast du die Serie geguckt, The Flash? Da ist einfach nur dieser Typ, ich weiß nicht, hab ich vergessen, wie der heißt. Cisco steht einfach nur da. Terminator, kennt ihr den Film? Ja, richtig. Das ist nicht witzig. Das ist nicht originell. Das nervt halt auch. Genau. Und hier ist es halt super eingeflossen. Genau, und wenn man nicht aufmerksam zuhört oder, weiß ich nicht, ich hör das auch oft und denk mir, okay, versteh ich nicht, weil es einfach Hinweise sind, eben nicht nur Terminator kennst du oder Harry Potter kennst du, sondern halt auch irgendwas, was wahrscheinlich, keine Ahnung, Literatur ist, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu lesen ist, dass es nicht immer nur diese ganze popkulturelle Kacke ist, sondern dass es eben auch mal gebildetere Dinge ist. Also, weißt du, was ich sagen will? Dass es einfach nicht nur die breite Masse kennt, sondern eben... Ja, auch nicht für den letzten Trottel. Ja. Man kann auch mal ein bisschen nachdenken dabei. Das finde ich immer cool. Das ist ja auch schon oft passiert, dass so Hinweise kommen. Hast du noch mehr? Nö. Schade. Also in dieser Folge nicht. Ich hab noch ein Trivia. Eigentlich sollte Spike hier sterben. Nein! Man entschied sich aber, ihn zu behalten. Krass. Und wahrscheinlich, weil da Mega-Gegner Colin weggefallen war. Krass! Das sag ich jetzt, das ist meine Theorie. Ja, aber... Ich weiß nicht, dass er eigentlich hier sterben sollte und dann man sich entschied, ihn zu behalten, weil er auch ein gutes Fan-Dingans hatte. Achso, und dann wäre Drusilla die nächste Böse gewesen, oder? Zum Beispiel. Aber wie gesagt, Gegner Colin war ja ursprünglich geplant. Mega, Mega-Boy. Na gut. Also gleich kommt's, Sandra, gleich darfst du. Ich möchte abschließend sagen, ja, wir tauchten hier mehr ins Lore ein. Also wir haben mehr Hintergrund, was die Jägerin angeht. Wir haben eine weitere Jägerin, was auch eigentlich ein krasses Ding ist, weil das gab's noch nie. Es gab immer nur die eine. Aber ich muss auch sagen, Wiederbelebungsmaßnahmen, Herzdruckmassage wurde auch erst in den 50ern eingeführt, in der großen Masse. Und Drusilla ist wieder erstarkt. Da könnte jetzt was passieren. Und da steht jetzt bei mir, wie findest du das alles? Komma Sandra, Fragezeichen. War es jetzt alles, alles? Alles, alles. Also ich war ja voll dabei bei der Folge, ne? Ich war ja richtig, ich war ja, ich war ja richtig pumped. Die kleinen dünnen Ärmchen waren richtig, richtig angespannt. Ne, ich hatte irgendwie so viel Spaß mit dieser Folge. Ich weiß gar nicht so recht, woran das lag. Es lag, glaube ich, an der Kombination aus allem, was passiert ist. Weil, wäre nur, was weiß ich, wäre nur der Kuss zwischen Cordillia und Sender passiert, hätte ich gedacht, boah, krass, aber es hätte mich nicht so, weiß gar nicht, ich war so voll dabei, als ich das geguckt habe. Es ist ja echt viel passiert. Warte, da muss ich mal kurz von oben nach unten durchgehen. Ich gebe dir Zeit. Es ist auch verdammt viel passiert. Diese Zweiteiler hätte auch locker als Staffelhalbfinale funktionieren können. Ja, voll. Was ja nicht ist, weil das ist ja 9 und 10 und wir wissen ja, bis zu 11, 12 geht's im... Ich habe doch in der Folge davor verwechselt und habe doch gesagt, wir sind bei Folge 11, weil ich im Kopf hatte, dass das die Folge vor der... Ja, weil das für mich so, keine Ahnung, es hatte auch so einen Vibe. Auch krass, wie ich finde, Martin Noxen kommt neu ins Team und muss ein Drehbuch schreiben über Entwicklungen, die auf anderthalb Staffeln zurückzuführen sind. Das fand ich auch krass. Also ich mochte den direkten Vergleich zwischen Buffy und Kendra, weil, also das finde ich immer schön, wenn so eine Welt plötzlich größer wird. Stefan gähnt sich hier einen ab. Ich bin müde, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Ich war arbeiten. Und ich finde es irgendwie schön, wenn dann an solchen Stellen die Welt plötzlich größer wird. Und wenn das aber so gemacht ist, dass man nicht denkt, so wie ich es schon gesagt habe hier, glaube ich, im Podcast, wenn plötzlich eine Schwester oder ein Bruder oder sowas oder ein Onkel, was weiß ich, plötzlich auftaucht und sagt, ey, ich bin übrigens dein verlorener Onkel. Und dann, das finde ich immer furchtbar, sowas hasse ich, wenn das so plötzlich... Wuhu, ich bin deine Schwester. Siehe Riverdale. Da hatte ich ja auch damals angebracht in der einen Folge. Das nervt mich unwahrscheinlich, wenn das dann sich so häuft. Und die Art und Weise fand ich aber schön. Erstens, wie sie überhaupt gezeigt wird am Anfang. Und man denkt, es ist die Dritte im Bunde. Und dann ist sie es ja gar nicht. Und wie sich das dann alles so aufdröselt. Und so dröselte sich der Keks nun mal auf. Das fand ich sehr schön gemacht. War ich begeistert, wie die Writer das so eingefädelt haben, das Ganze. Dann, ich gehe hier gerade nebenbei meine Kommentare so ein bisschen durch. Es wird ein bisschen durcheinander. Hast du die nicht währenddessen gebracht? Ja, doch. Aber ich muss ja jetzt nochmal alle Handlungsstränge aufgreifen. Die großen. Ich bin etwas geschockt, dass Spike hätte sterben sollen. Das erinnert mich so ein bisschen an Jesse in Breaking Bad. Der sollte ja auch drauf gehen nach ein paar Folgen. Gott sei Dank ist das nicht so gekommen. Ja, bei Jesse sage ich das ja. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Gell. War es bei Spike nicht? Kein Kommentar. Also zumindest, naja, ich finde den ganz unterhaltsam. Von daher freue ich mich erstmal, dass er noch dabei ist. Keine Ahnung, wie lange er dabei ist. Aber bis zum Ende, whatever. Was weiß ich. Ich kenne es ja noch nicht. So, gehen wir mal nach Charakter. Buffy haben wir schon in Verbindung mit Kendra. Dann Sender und Cordelia. Brauche ich nicht noch was zu sagen. Ich bin begeistert. Ich bin, ich, also man hat ja noch meinen Hass im Ohr zu Cordelia am Anfang. Hat sich auch gewandelt. Voll. Ich bin voll dabei. Es macht super Spaß. Giles war jetzt nicht so präsent. Der hat so ein bisschen vermittelt. War, war so, so der typische Giles. Ja, der hat aber auch seine, seine Momente in den letzten Zeiten gehabt. Das stimmt. Willow war auch wie immer bis auf Oz. Das finde ich ja super niedlich. Willow ist endlich weg von dieser blinden Anbetung von Sender. Genau, das muss ich ja auch sagen. Deswegen gab es mal einen Klaps. Halt die Fresse jetzt. Das muss ich, das muss ich ja auch sagen. Das nervt mich auch ganz oft in Serien, die länger laufen oder die große Staffeln haben, dass manche Charaktere sich einfach nicht weiterentwickeln. Auch dieses, sie kriegen sich, sie kriegen sich nicht spielen, wird man in manchen Serien viel zu lange gespielt. Ja, gutes Beispiel finde ich. Brooklyn Nine-Nine. Oh Gott, wie heißt er? Fuck. Amy und Jake. Nein. Sein bester Kumpel. Scheiße, wie heißt er denn? Jakes bester Freund. Ja. Wie heißt er denn? Vergessen. Der auf Rosa steht. Aber da gibt es keinen, sie kriegen sich. Richtig, deshalb finde ich das ja gut. Ja, aber das war ja nur ganz kurz. Das war nur eine Folge oder so. Naja, ein bisschen lief das schon, dass der in die verschossen war. Nee, ein viel besseres Beispiel ist Smallville. Hab ich immer noch nicht. Sie kriegen sich nicht spielen, wird viel zu lange gespielt. Das haben selbst die Macher nämlich gesagt. Sie haben gesagt, bis über die dritte Staffel hinaus, wir hätten es dann beenden sollen, haben es aber zu lange gezogen, bis in die fünfte Staffel. Ach du Kacke. Nee, das mag ich generell nicht. Es muss ja jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, mit einem Love Interest sein oder so. Es kann alles sein, wenn sich die Figur nicht weiterentwickelt auf einer Ebene. Und das immer so hin und her geht, das kotzt mich derbe an, weil das, so soll es nicht sein, finde ich. Deswegen mag ich so ältere Procedurals nicht. Demente List konnte ich nicht über zwei Staffeln gucken, weil ich dachte, da passiert hier ja gar nichts. Genau, da hast du diese Fälle oder diese kleinen Handlungsstränge und dann ist wieder alles wie vorher so. Deswegen, da hatte ich so ein bisschen Angst vor bei Buffy, muss ich ehrlich sagen, dass das auch so ist. Aber wir sind jetzt eine halbe Staffel fast in der zweiten Staffel drin und es tut sich was. Und was noch alles passiert ist. Und es tut sich was und das finde ich echt cool. Deswegen macht es mir auch echt Spaß, das zu gucken. Das habe ich Stefan auch schon gesagt. Ich glaube, so nach Folge fünf oder sechs in der zweiten Staffel habe ich so richtig gemerkt, es macht mir jetzt richtig Spaß. Es ist nicht mehr nur so, selbst jetzt kann ich glaube ich schon sagen, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Staffel eins und Staffel zwei, was die Handlung angeht. Das ist ja was völlig anderes, was Tiefgründigeres, was Komplexeres, sollte ja eigentlich normalerweise sich auch so entwickeln, aber ist ja auch nicht immer gegeben. Von daher habe ich echt Spaß dran und an der Folge hatte ich auch echt viel Spaß. Und es ist nur Folge zehn gewesen und wie ist denn das? Es gibt doch auch Halbstaffelfinale, ne? Buffy lief noch in einer Zeit, als Serien im Herbst anfingen und im Frühjahr aufhörten. Ohne Pause. Nein, natürlich gab es eine Pause. Mit Weihnachtspause. Okay, also es lief auch immer so. Genau. Ist ja in der Zeit so gewesen, ging ja nicht anders, ne? Okay, also da irgendwo bei der Hälfte hört es dann in Anführungszeichen erstmal auf. Das ist ja erst in den letzten zehn Jahren ausgebrochen, dieses Struktur. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt zehn Jahre. Ja, okay. Nee. Also ich war voll zufrieden. Hat Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es weitergeht, was noch alles passiert. Wie oft sich Cordelia und Sander noch küssen in irgendwelchen leeren Räumen, bis es dann mal jemand rauskriegt. Vier Mal. Vier Staffeln lang noch. Nee, war schön. Okay. Das war's. Bin fertig. Ich hab auch alles gesagt. Sehr schön. Ich wünsche allen noch eine schöne Zeit. Ich auch. Bis dann. Okay. Tschüss. Was haben wir eigentlich? Was haben wir eigentlich? Wir haben gar nicht, ich weiß gar nicht, wann Ostern war. Oh Gott. In unseren Aufnahmen habe ich jetzt auch keine Lust, hier noch ein weiteres christliches Fest zu zelebrieren. Deswegen nachträglich alles Gute, was Ostern anging. Muss man Ostern irgendwie. Schön die Kreuzigung gefeiert. Muss man dazu Grüße ausrichten eigentlich. Ja, keine Ahnung. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Wir sind bestimmt schon dran vorbei, aber gut. Okay. Tschüss. Adios. Grr. Aarg. Kombat. Wie. Wie. bee. Highert. Wie. bee. 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 tower. Nimm den Kieslaster bitte raus. Der ist doch schon drin. Nein! Ist alles sogar schon hochgeladen. Nein, bitte nicht. Podcast schon fertig geschnitten, Videos sind auch schon fertig. Oh, Manu. Es geht alles online.